Musik Herzlich willkommen vom Klosterkappel am Albis. Keilen und Klöster sind traditionellerweise immer wieder Orte, wo Menschen hingehen, wenn die Seele wehtut, wenn sie Trost und Rat suchen. Das ist auch heute unser Thema. Sie lernen mit uns einen Mann kennen, der sein Kind verloren hat, eine Frau, die unter chronischen Schmerzen leidet. Und wir fragen, was ist, wenn die Seele wehtut? Wir fragen eine Frau, die kompetent ist in diesem Thema, Theologin, Seelsorgerin, sie heisst Monika Rivar. We want to feel alive, under gracious skies, recording what you said, when it closed your eyes, we want to live and die. Jetzt begrüsse ich Monika Rivar bei uns. Herzlich willkommen in der Sendung. Guten Tag. Jetzt reden wir hier über Seele und Seelenschmerzen. Wie sicher sind wir denn, dass wir eine Seele haben? Das ist eine gute Frage. Wenn man Leute fragt, wo sie ihre Seele spüren, dann würden vermutlich die meisten sagen, irgendwo dazwischen dienen. In dieser Bandbreite? In dieser Bandbreite, also von Herz bis über Bauch. Und dass die meisten Seele auch mit Emotionen zusammen verbinden. Wenn man jetzt nach biblischem Verständnis fragt, wie versteht die Bibel Seele, dann kommen wir in eine andere Dimension, weil sie eigentlich zum allerersten Mal sagt, dass der Mensch nicht eine Seele hat, sondern eine lebendige Seele ist. Und das scheint man schon, das scheint man noch wegweisend zu sein. Also der alttestamentliche Begriff der Nefesh, Seele, wie das dann in Deutsch übersetzt, ist wirklich etwas, das wird zuerst einmal der ganze Mensch unter einer bestimmten Perspektive gesehen. Nämlich unter Perspektiven von Lebendigkeit, von verschiedenen Gefühlslagen erleben können. Vor allem auch, dass er nicht aus sich selber leben kann, sondern angewiesen ist auf Nahrung, auf Luft, auf Beziehung und auch auf Beziehung zu Gott. Und wenn jetzt die Seele schmerzt, dann, wo tut es dann am meisten weh? Ist das jetzt in dem begrenzten Bereich, wo Sie gesagt haben, oder ist das dann gar nicht so genau ein Ort im Körper, wo wehtut? Oft kommt es auf das Thema darauf an, wo es schmerzt. Weil wenn man jetzt versucht, zu beschreiben, was eigentlich im Menschen abgeht, dann kommen wir nicht darum herum. Eigentlich ein bisschen bescheidener können zu sehen, wie hängt was im Menschen zusammen. Und das sind Gefühle und Gedanken hängen da ganz eng zusammen. Gott hat es uns so geschaffen, dass das sich gegenseitig beeinflusst. Und wenn man dann Leute fragt, je nachdem der Verlust, Verlust zum Beispiel von einem lieben Menschen schmerzt ganz oft zuerst einmal wirklich im Herz. Also da gibt es Stich. Es kann aber auch sein, dass sich da alles zusammenzieht, wenn man Menschen fragt, wo tut es denn weh? Aber die Regel beschreiben Sie wirklich nicht den Kopf. Der Kopf ist der, der denkt. Und die emotionale Auswirkung von dem, was schmerzt, das ist so ein stechender Schmerz oder dumpfer Schmerz, also eher tiefe Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit, kann eher so dumpf und sehr schwer werden. Es gibt ja Wissenschaftler, die vom Broken-Hearted-Phänomen reden, vom zerbrochenen Herz. Also offenbar sich das genauso auswirkt, wie wenn jemand einen Herzinfarkt hat. Aber es sind nicht unbedingt so Warnsymptome vorher da gewesen, oder? Und man sieht es dann nicht, wenn man dann eine medizinische Untersuchung macht, sieht man nichts. Aber der Mensch erlebt sich genauso auch, und ich glaube, das ist wieder die biblische Dimension, niedergeschlagen und die Lebenskraft steht, ist wie gedämpft, sie ist wie nicht mehr zur Verfügung, sie ist wie weg. Und es fehlt Mut und Kraft, in diesem Moment etwas anzupacken. Jetzt, wir haben zwei Leute getroffen. Wir beginnen mit Michael Strässle. Michael Strässle hat, kann man sagen, einen richtigen Schock erlebt und hat uns seine Geschichte erzählt. Der Michael Strässle hat schon zwei Kinder und seine Frau erwartet zu treten. Am Tag des Geburtstermins ist das Kind aber noch nicht da, darum geht seine Frau zum Arzt. Und dann kamen so Routineuntersuchungen und die hat meine Frau besucht. Und eine davon ist dann ganz kurz nach dem Geburtstermin gewesen, die dann, nachdem er versucht hat, Herztöne zu finden, festgestellt worden ist, dass das Kind möglicherweise ganz kurz vorher verstarben ist. Aber ich war ja in dem Moment nicht dabei, ich war unterwegs, da an meinem Wohnort auf der Strasse und dann hat mein Handy geklingelt und ich nehme das ab, meinen kleinen Sohn an der Hand und dann sagt mir die Ärztin vom Spital, ich muss Ihnen mitteilen, dass ihr ein Kind gestorben ist. Wahrscheinlich habe ich geschraubt, ich meine, ich habe laut rausgeschraubt an diesem Lichtsignal. Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr packen können, ich habe nicht gewusst, was jetzt passiert ist. Es ist einfach etwas über mich hineingebrochen und meine Seele war nur überfordert. Ich konnte gar nicht mitmachen. Es waren so viele Konfrontationen mit schwierigen Momenten, auch in denen das Kind da war und man wusste, es ist leblos. Und dann sieht man das Kind und ich bin gar nicht mitgekommen. Ich finde Michael Strassli sehr eindrücklich, wie er das schildert, vor allem an der Szene, bei dem Lichtsignal. Ist das etwas, was nach Ihrer Erfahrung zu so einer Schocksituation gehört, genau die Phase, wie er es geschildert hat? Es gibt einem einen Stich, man wird überflutet, man kann es überhaupt nicht mehr einordnen. Und er hat dann zum Beispiel geschraubt. Und das ist etwas, das berichten ganz viele Menschen. Das kann ich mich auch erinnern, als mein Vater gestorben ist und ich die Nachricht bekommen habe, er ist gestorben diese Nacht. Es ist wie alles eingefroren. Und Michael Strassli berichtet jetzt, dass bei ihm auch Gedanken völlig chaotisch werden. Also das Zurücktreten, es ist wie wenn sich die Seele zurückziehen würde und man irgendwo wie in einem Nebel drin ist und funktioniert. Oder jetzt auch bei ihm, er denkt, dass er laut rausgeschraubt hat, aber eigentlich kann er sich nicht mehr klar erinnern. Also es ist wirklich wie ein überflutet werden. Was brauchen die meisten Leute? Dann jemanden, den Sie begleiten in so einer Situation, einfach mitkommt? Oder gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, ich will dann allein sein? Ich will mit gar niemandem reden. Ich glaube, es gibt beides. Also in diesem Schockmoment eigentlich steht eine Art, wie Sie reden, nicht im Vordergrund. Sondern eher, dass jemand da ist. Und ich denke, ich weiss jetzt nicht, wie er das nachher weitergemacht hat, aber Stasi und dass niemand etwas von mir will. Weil ich bin im Moment nicht im Stand dazu, irgendetwas zu leisten. Das ist alles runtergefahren. Und das ist genau das. Also die Bibel kennt auch so Beschreibungen. Psalmen sind da sehr reich. Bilder zu finden dafür, dass ich sagen kann, mir kleben Zungen am Gaumen. Oder ich zerschmelze innerlich wie Wachs. Also ich verliere jede Struktur oder jede Kontur. Und dass die Nefeste, die Lebenskraft, wie sich zurückzieht, wie gedämpft wird, und das beschreibt er eigentlich sehr zutreffend. Ich will nochmal schnell bei dem Wildbriben, den Sie gebraucht haben. Die Seele, die sich zurückzieht in so einem Moment. Wir erleben sie als Schmerz. Schmerz und Leere. Beides kann gleichzeitig sein. Also so ein stechender Schmerz. Und dass es nachher wie Glase zwischen, wie Nebel kann sein. Und manche würden es auch als Leere beschreiben. Eine schmerzliche Leere. Was können Sie als Seelsorgerin zum Beispiel in so einem Moment für so jemanden machen? Ich glaube, wenn ich in diesem Moment jemandem begegne, versuche ich in der Regel nicht, jetzt zu trösten. Also im Sinne von versuchen, die Gefühle zu beruhigen. Ich glaube, der Trost ist dann eher, dass jemand da ist, der wahrnimmt, wie wahnsinnig weh das tut. Und dass das eigentlich fast nicht zum Fassen ist und wo Raum gibt. Also ich gebe in dem Moment Raum, dass das, was so schmerzlich ist, dass das so, wie es möchte, rauskommen darf. Und das heisst, dass jemand prügt, dass jemand schimpfen kann. Ich habe das auch schon erlebt, dass jemand mit sehr viel Zorn und Bitterkeit dann auch über Gott geredet hat. Was ist das für einen? Und sonst eigentlich eine nahe, vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Also dem Platz zu geben. Ja. Michael Strassle hat uns noch weiter erzählt, und zwar ist es darum gegangen, wie er seinen Verlust dann verarbeitet hat. Wir haben nach neun, zehn Monaten schwieriger Zeit die Möglichkeit gehabt, einen Gottesdienst teilzunehmen, wo dann der Prediger so wie ein Gedanke gehabt hat und der einfach mal ausgesprochen hat und gesagt hat, da hat es Leute im Raum, die ganz schweres erlebt haben. Und ich weiss auch gar nicht mehr, wann er alles gesagt hat, ich weiss nur noch, dass es ganz genau auf unsere Situation zutroffen hat. Und das war ein Ort, der uns sehr vertraut war, da haben wir uns wohlgefühlt. Und der Mann hat dann auch gesagt, wer das betrifft, der soll doch einmal zu ihm führen kommen. Und meine Frau und ich haben uns wahrscheinlich nicht angeschaut, aber wir haben gewusst, das gilt uns. Wir gehen zu führen. Und schon als wir unterwegs waren, sagte der Mann, ja, ihr zwei kommen dann mal gerade zu mir. Und da hat es dann ein kurzes Gespräch gegeben und intensiv im Moment des Gebetes. Er hat uns wirklich herausgefordert, das, was es war, zu erzählen. Mir ist es ein bisschen schwerer gefallen, meine Frau hat es dann wirklich auch unter Tränen erzählen können, was es war. Und an dem Abend, als wir dort wieder weggegangen sind, auf dieser kurzen Strecke zum Auto, sage ich zu meiner Frau, mein Leben scheint anders zu sein, da ist etwas passiert. Und meine Frau bestätigt mir etwas und sagt, ja, das ist bei mir auch so. Und so der erste Moment haben gedacht, ja, morgen schauen wir mal, was morgen ist. Aber ich bin am anderen Tag ganz bewusst auf den Friedhof gegangen, um zu schauen, was passiert. Und ich bin zu dem Grab herangegangen und es war alles anders. Unser Leben war wirklich anders. Es ist nicht einfach ein bisschen zurechtgeholfen, sondern es ist wie nochmal etwas Neues reinkommen. Und es ist eigentlich eine schöne Geschichte, wenn sie da landen, wo wir jetzt da gelandet sind. Aber jetzt gibt es Menschen, die erleben das überhaupt nicht. Die erleben Gott als abweisend. Was sagen Sie denn denen? Das hat er auch. Ich glaube, er hat gesagt, zehn Monate ist das gegangen. Und das ist das Erleben, dass ich einen Bezug zu Gott verliere. Und ich glaube, für jemanden, der aus der Beziehung zu Gott lebt, ist das wahnsinnig schmerzlich, dass Gott scheinbar total schwiegt. Und da kann ich als Seelsorgerin, wie soll ich es sagen, da komme ich manchmal auch an einen Punkt hin, wo meine Macht endet. Ich habe nicht die Macht, das im Leben eines Menschen zu verändern, sondern ich kann eigentlich nur, und das ist auch eine tiefe Hoffnung, die ich dann für mein Gegenüber habe, der Gott ist nicht weggegangen. Auch wenn du ihn im Moment nicht spürst. Er ist nicht weggegangen und er hat dich nicht fallen lassen. Aber im Letzten muss ich eigentlich genau auf das vertrauen, was Michael Strassel erlebt hat, nämlich ein Wunder. Dass der Moment kommt, wo Gott die Person wieder anspricht. Und ich kann wirklich auch jemanden begleiten, gut über fast auch zehn Monate, eigentlich ein bisschen länger, wo keinen Bezug mehr zu Gott gefunden hat und wo gesagt hat, ich sitze im Gottesdienst, es werden Dank- und Lobliedern gesungen und in mir hinein sagt es nur, ja, singe dir einmal. Also sehr zynisch eigentlich. Und wo ich einfach nur mitgegangen bin und gesagt habe, oder ermutigt habe, das, was mich bewegt, das sage ich Gott so, wie ich es jetzt erlebe. Ich versuche nicht, fromm zu sein, ich versuche nicht, brav zu sein, ich versuche nicht, anders zu sein. Und das ist, in der Bibel ist das die Tradition vom Klagen. Und das scheint mir etwas ganz Wichtiges zu sein. Und ich kann eigentlich diese Person einfach nur begleitet, in Wegen zu suchen, wie kann ich das zum Ausdruck bringen, was mir so schwerfällt. Und hin und wieder habe ich reingeschwätzt, so im Sinn von, auch wenn Sie es jetzt gerade nicht glauben können, denn Gott ist nicht weggegangen und er ist nicht einfach verschwunden. Also verstehe ich das richtig? Es braucht einfach eine gewisse Zeit der Trauer. Ja. Und wie lange kann denn diese sein? Unterschiedlich. Ich glaube, etwas vom Schwierigsten, was Menschen in der Trauer erleben, ist, dass nach etwa drei Monaten das Umfeld findet, jetzt müsste ich dann langsam damit fertig werden. Also der Druck einer von aussen kommt. Ja, und das ist eigentlich auch nicht merkwürdig, weil die Person, die trauert, hat ein Umfeld und die haben ein anderes Leben. Und das heisst, das Umfeld geht wieder zurück ins anderes Leben, muss das auch können. Aber die Person selber ist noch nicht fertig. Und das kann bis zwei Jahre gehen. Und man sagt, heute so, bis die Trauer ganz abgeschlossen ist, kann das bis zu sieben Jahre gehen. Und das mit auszuhalten, dass der Mensch nicht einfach normal funktioniert, sondern dass er immer noch dran ist, für sich mit Gott auch zu klären, was mache ich mit diesem Schmerz in meinem Leben. Was passiert denn mit der Seele in dieser Zeit, in der man trauert? Ich glaube, die geht auf und ab. Also Gott hat uns Menschen, ich glaube, auch viel Lebenskraft, gerne, ich staune darüber immer wieder. Dass so die Hoffnung, die ich für die Leute habe, das habe ich auch schon jemandem gesagt, er sagte, bis in zwei Jahre werden sie nicht mehr am gleichen Ort sein wie jetzt. Aber jetzt gerade ist es so. Und das ist für mich immer auch das Vertrauen, dass Gott diesen Menschen nicht alleine gelassen, sondern durch all diese Dunkelheiten mitgeht. Können Sie dann etwas anfangen mit so Bildern, die man so im Volksmund hat, wie Gras darüber wachsen lassen, oder die Zeit heilt alle Wunden? Ich glaube, die Zeit braucht es. Das ist das Richtige an diesem Volksmund. Aber dass die Zeit automatisch alle Wunden heilt, da bin ich etwas vorsichtiger. Michael Stresli hat eine Erfahrung geberichtet, einerseits, er hat gewagt, weiterhin mit Gott im Gespräch zu bleiben, seine Fragen zu stellen, hat wohl auch mit Freunden diskutiert. Und auch der Moment, in dem er jetzt im Gottesdienst mit seiner Frau und dann erzählt, was das ist. Er schweigt es nicht einfach tot, sondern es darf einen Platz haben und es wird mitgetragen. Und in das bringt Gott auch seinen Frieden hinein. Und Gott ist ein lebendiger Gott. Ich habe das nicht in der Hand, wenn er das macht. Aber dass er sich wieder zeigt, das ist eine tiefe Zuversicht, die ich als Seelsorgerin brauche, für mein Gegenüber. Jetzt reden wir über Seelenschmerzen. Wir haben uns für zwei Beispiele zum Thema Seelenschmerzen entschieden. Schockhartiges, aber auch permanentes Leiden. Wir haben noch die Frau Maria Solethaler getroffen. Sie leidet an einem ganz anderen Seelenschmerz. Dieser Seelenschmerz hat einen Zusammenhang mit chronischen Schmerzen, die sie aushalten. Maria Solethaler hat von klein auf Schmerzen. Eine Fehlstellung der Hüfte zwingt sie zu mehreren Operationen. Und auch der Rücken verursacht starke Schmerzen. Vor fünf Jahren war meine grosse Rückenoperation, die mich für mich dermassen in ein Loch gebracht hat. Also einerseits, weil ich im Spital erlebt habe, dass ich in einem solchen starken Schmerz, als ich da war, auch eine totale Einsamkeit erlebt habe. und ich habe dort über Tage einfach getraut, ich habe mich manchmal nicht gewusst, warum. Es war einfach ein Elend. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich muss es zuhören. Es kommt auch von tief unten hoch, es kommt so viele Obse, die ich für mich immer auf die Seite geschoben hatte. Also ich war mir in allem einen immer bewusst, dass ich in Gottes Hand geborgen bin. Ich versuche immer wieder, mir Gelegenheiten zu verschaffen, Freude zu erleben. Oder was mir anhilft, ist das Lesen, spannende Bücher ablenken. Wenn der Schmerz so fest ist, einfach den nicht in die Mitte stellen, sondern mich abzulenken und mit meinen Gedanken aneinander so zu wandern in eine Geschichte, die ich weiten weg von mir bin. Und dann hört auch der Schmerz auf, weil man sich nicht auf zwei Sachen konzentrieren kann. Aber neuer kommt er wieder. Nachher kommt er wieder. Frau Solenthaler hat hier sehr eindrücklich geschildert, wie sie damit umgeht, was sie für Strategien gefunden hat. Das ist eine Realität von ganz vielen Leuten. Chronische Schmerzen mit diesem Leben, Jahrzehnte eigentlich auch. Und meine Frage ist, der Seelenschmerz ist ja dann wie eine zweite Krankheit, wie eine zweite Scheine auch noch obendrauf. Ja, und die zwei Sachen hängen ja miteinander zusammen. Und wenn der Seelenschmerz, also wenn quasi Trauer und der Schmerz darüber, dass der körperliche Schmerz nicht weggeht, wenn der zu gross wird, dann nimmt er den körperlichen Schmerz zu. Das scheint offenbar, in unserem Hirn scheint es da Verbindungen zu geben, zwischen dem inneren Schmerz und dem körperlichen Schmerz. Und das, was Frau Solenthaler jetzt da berichtet, nämlich, sie hat ja gesagt, Gott ist, wie hat sie es gesagt, Gott ist immer meine Geborgenheit gewesen. Und auch da sieht man wieder, dass die Geborgenheit in Gott offenbar nicht heisst, dass ich seelisch überhaupt nicht berührt bin und ganz, ganz losgelöst von dem körperlichen Schmerz, sondern dass die Geborgenheit in Gott etwas ist, was in einer Art wie immer wieder durchbricht. Und da kommt für mich etwas zum Zug, Beziehung zu Gott zu haben. Aber dass die Nefeste, meine Seele, dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, ist eine wirkliche Realität. Und dass sie da immer wieder auch durch das Klagegebet hindurch auch die Zusagen für sich immer wieder erleben dürfen, ja, der Gott lässt mich wirklich nicht alleine. Also Sie sagen, jetzt zwei, drei Mal ist mir aufgefallen, durch die Sache durchgehen und nicht irgendwo zuerst versuchen, das wegzuhaben. Ja, ich habe es vielleicht wie jemand mal so formuliert, es ist, wie es ist und ich muss nicht anders sein vor Gott als das, was wirklich ist und was ist, darf es sein. Auch alle Gefühlslagen, die dann sind. Ja, und das würde für mich heissen, es geht wie darum, letztlich auch Leute zu finden, rundherum, die mit mir das aushalten, dass es so ist, wie es ist. Oder wenn alle rundherum sagen, jetzt bist du mal endlich anders und jetzt hör mal endlich auf und jetzt akzeptiert das mal endlich und da damit meinen, hör auf daran leiden, dann wird das wahnsinnig schwierig. Sondern akzeptieren kann eben heissen, auch der Schmerz, den ich jetzt erlebe, auch der Innere, der ist jetzt da und den teile ich mit Gott. Und in das hinein kommt Gott immer wieder. Können Sie sich denn als Seelsorgerin in so Menschen überhaupt hineinversetzen? Nein, ich würde das nicht wagen, zu sagen. Und zwar, weil ich jemanden bin, der ohne, also ich kenne schon auch Schmerzen, aber nie in diesem Mass wie Maria Solenthaler. Aber was ich schon merke, ist, mir tut das echt weh, wenn ich eine Art wie miterlebe, dass man im Moment nichts machen kann. Und es gibt auch keinen Trick, die Schmerzen einfach wegnehmen. Kein Trick, dass das einfach anders wird. Und dann merke ich, das spiegelt in mir und mir tut das manchmal auch hier weh. Also es gibt keinen Zauberseilenschmerz. Ja, und zwar einer, der überkommt von der anderen Person zu mir. Auch wenn ich sonst miterlebe, dass Menschen grausam behandelt werden oder dass man sie ausnutzt und missbraucht und ungerecht mit ihnen umgeht, das löst bei mir Schmerz aus. Vermutlich würde man sagen Mitgefühl. Frau Solenthaler hat noch etwas von Strategien gesagt. Ja. Sich ablenken, beispielsweise, was sie macht. Es kommt zwar wieder der Schmerz, aber zwischen denen schafft sie dann einen besseren Umgang oder sich so kleine Freuden, Inseln, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, gönnen. Und das ist mehr als nur eine billige Strategie. Ich glaube, das ist etwas sehr Zentrales, dass sie sagt, ich kann den Schmerz im Moment nicht wegmachen, aber ich will schauen, was es sonst noch rundherum gibt. Und da auch ganz klar von Gott her Ausschau halten, wo gibt er dennoch Gutes. Und ich glaube, dass die Dennochhaltung enorm hilfreich ist. In Psalm 73 heisst es einmal, dennoch bleibe ich stets an dir, weil du in mir auch wie ein Anker bist oder den Fels. Und sie hat das eingeübt und es fällt ihr manchmal auch schwer, glaube ich. Und dass da immer wieder Menschen sind, die auch Begegnung mit ihr erwagen und ihr gerade dadurch helfen, wieder Sachen mit im Blick zu nehmen, wo es dennoch immer noch gibt. Das ist eine wichtige Strategie. Also man muss einen eigenen Weg finden. Da ist es nicht so hilfreich, was die Leute von aussen sagen und Ratschläge reinzugeben. Was sind denn hilfreiche Strategien, wo sie zum Beispiel den Leuten sagen, ich mache dir einen Vorschlag? Das eine ist der Vorschlag. Es ist die Zeit der Klage ernst nehmen, aber ich kann ihr auch wie einen Platz geben. Und dann mache ich mich auf die Suche. Und das ist jetzt wirklich, ich kann den Leuten nicht sagen, das und das macht ihnen Freude, aber ich sage, ich möchte mit ihnen auf die Suche gehen. Ich möchte mit ihnen auf die Suche gehen, sagen, wo gibt es denn noch etwas, was sie freut. Oder dass ich manchmal probiere, mit Leuten das auch zu planen und können sagen, wo könnte ich etwas reinsetzen. Auch mit Leuten in der Trauer. Und da helfen jetzt wirklich für mich auch Erkenntnisse aus der Psychologie. Ich kann nicht sagen, was entspannt denn diese Verkrampfung? Und da gibt es ein paar grundsätzlich hilfliche Sachen. Und ich verstehe die auch als Hilfestellung von Gott. Zum Beispiel Spazieren, Formen von Entspannung. Oder mich gedanklich auf etwas Neues ausrichten. Oder wirklich auch in der Begegnung mit anderen Menschen zu schauen, Anteile zu nehmen immer noch an anderen. Und da probiere ich dann in der Seelsorge manchmal, um das alte Wort zu brauchen, wie ermahnend. Das heisst, auffordernd. Sich wirklich dann mal mit dieser Perspektive auch wieder auseinandersetzen. Versuche ich, deutlich mit einzubringen. Sie kommen von der Seelsorge her. Seelsorge, ich finde das ein faszinierendes Wort, dass die Seelsorge tragen. Gibt es denn Möglichkeiten, zum Beispiel, wie in einem Körperfitnessprogramm, der Seele zu schauen, sie fit zu machen, dass wir vielleicht eine gute, starke Seele zur Verfügung haben, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht? Ja, ich glaube, dass das gibt. Fitness für die Seele. Fitness für die Seele. Und zwar hat es für mich wirklich zwei Ebenen. Ich glaube, dass Menschen, die gelernt haben, geniessen, und das ist für mich auch eine biblische Dimension, sich zu freuen an den Sachen, die Gott zum Essen, zum Trinken, zum Miteinander erleben, Farben, Formen, Musik, dass Menschen, die gelernt haben, das auch als ein Geschenk von Gott zu nehmen und das zu geniessen, dass die ganz wichtige Ressourcen auch für schwere Zeiten haben. Und das Zweite, auch ist, dass Menschen, die eine Art, wie in ihrer Beziehung zu Gott, wie soll man das sagen, wie in einer Art einen gesunden Realismus auch haben. Das würde für mich zum Beispiel dazu gehören, dass ich halt einfach damit rechne, dass solche Nöte zu dieser Welt und zu diesem Leben gehören und dass es auch zu meinem Leben kann gehören, auch wenn ich mit Gott unterwegs bin. Jesus hat uns nie versprochen, dass er uns vor aller Not bewahrt, sondern er hat uns versprochen, dass er uns der Dauer durchbringt und nicht weggeht. Also in der Not dann hilft und nicht jede Not wegbetet kann werden, zum Beispiel. Da gibt es ein altes Kielerlied, das ausdrückt. Das ist ein Tanzlied und das heisst in dir ist Freude in allem Leiden. Und das ist oft auch Gesprächsthema. Was heisst denn das? In dir ist Freude. Was gilt denn jetzt für mich noch, wenn Gott auf meine Gebete auch um Heilung zum Beispiel, Maria Solethaler, die nicht körperliche Heilung erfährt und trotzdem nach innen immer wieder in den Frieden mit Gott hineinkommen kann. Monika Rivar, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke schön. Mehr zu diesem Thema am Montagabend auf Radio Live Channel. Das Thema wollen wir am 8. dort vertiefen. Wir haben es ein bisschen von Entspannung und Momentum und ein bisschen zurücklehnen. Das möchten wir Ihnen auch verschaffen. Wir verlassen zwei Gutschei für Übernachtungen inklusive Halbpension und Eintritt im Wellnessbereich im Parkhotel Gunther, gesponsert vom Parkhotel Gunther. Sie können es einfach schreiben an die einblendete Adresse bis am nächsten Donnerstag. Wir machen die Fortsetzung in einer Woche mit Aline Baumann. Dort geht es auch wieder um Schmerzen und den Umgang damit. Und in zwei Wochen ein Gast, den wir nicht näher vorstellen müssen, der frühenreiche Bundesrat, Dolf Oggi, ist bei uns im Fenster zum Sonntag. Merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Untertitelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017